Hallo zusammen, ich grüße euch von Coco Cay, der privaten Insel von Royal Caribbean. Hinter uns seht ihr die Symphonie of the Seas. Ja, und wir verbringen jetzt heute hier einen herrlichen Tag auf dieser wunderschönen Insel auf den Bahamas. Ja, und chillen, sind schon im Wasser gewesen, mein Mann war ein bisschen schnorcheln. Ja, und was wir so alles hier so machen, wie es hier so aussieht, das seht ihr natürlich in diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.